Hallo liebe Tiefske-Freunde zu einer neuen Ausgabe von FIFA 22. Nächster Spieltag steht an. Wir sind ja auf Platz 1 in der Tabelle. Unangefochten, da sollte eigentlich alles klappen. Wir sind noch im Pokal, jetzt im Finale. Haben wir den erreicht. Letztes Mal gewonnen. Und dann im Achtelfinale der Europa League. Schauen wir mal, ob wir das Tribbeln schaffen mit PSW-Eintogen. Und FC 20. So sieht die Opstellung von FC 20 aus. Nummer 22, Jesse de Lange. Nummer 2, Giovanni Lube. Nummer 4, Prequise Velo. Schickaball, Kasse. Boah, hat der Hanke weitergeleitet. Auch nicht schlecht. Komm, 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 komm. Drauf. Zika. Ja. Wir haben Abseits. Sehr gut. Schauen. Sehr gut. Schauen. Ohh. Aha. Goddi. Und jetzt wieder Boah, nicht schlecht der Schuss. Man kann es ja mal probieren. Anspiegel. Rauf, hallo. Ein Redner für die Unterstützer von beiden Proeven. Dass die Ausflug ervort bleibt, bleibt nicht von der Kahn. Als es nicht. Mein Gott. Ich glaube, die ging in die Haufen. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Yes, endlich die Führung. Ja, komm. 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 mehr noch tun und dann klappt das auch, würde ich sagen. Also weiter geht's. Schade. Abseits. Wow. Gott sei Dank. Zieht ja vorbei. Oh. My. Dewege it up. Hallo. Sehr gut. Und jetzt wieder. Gegenzug. Komm, komm, komm. Lauf, 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 lauf. Vielleicht, komm. Ja. 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 Ja, ja. Das geht. Ja. 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 Wieder die Chance. Okay. Vorsicht. Ball weg, genau. Anspiel. 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 Boah, wieder knapp am Schauferball. Meine Herren. Nur 1-0, ganz schön knapp, das Ding. Ja, die Entscheidung, 2-0, schöner Ball, schöner Pass wieder. Ja, das ist ein Rekrom. so das müsste es doch gewesen sein nach spielzeit läuft schon das war's 2-0 noches und dann sagen wir Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschö!